Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Avatar, der Herr der Elemente. Wir sind jetzt endlich hier in diesem Erdbindigerdorf angekommen und wir sollen nach Haru und dem anderen Typen suchen. Wo mir der Name gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall sind hier jetzt ja neue Gegner, wie die Frau oder deine Mann, keine Ahnung, zu lange her die Aufnahme, gesagt hat, dass sie bedroht werden. Also müssten hier doch auf dem Weg eigentlich auch die Gegner sein, oder nicht? Brücke ist am Arsch und Tor. Diese Brücke, ich frage mich, wie das passiert ist. Bitte keine Überquerung mit dem Gleiter mehr. Überlasst das mir. Das ist gut für die Übung. Na, jetzt hat sie die Dinge gefunden. Das verdanke ich meinem täglichen harten Training. Hast du ja toll gemacht, Katara. Na klar, du isst doch nur den ganzen Tag. Ah, ich hab erst gedacht. Das bricht ein und da fällt ins Wasser. Alter, mach hin. Jetzt ist die Karte schon wieder weg. Boah, ich hasse das eh. Sind wir jetzt gleich mal da? Oh, da ist ein Wolf. What the fuck. So, da sind alle die Maschinen, also. Da ist Haru. Er ist von Maschinen umzingelt. Haru. Was zum... Was macht ihr denn hier? Du bist es gerettet. Jetzt, wo wir hier sind, werden wir diese Maschinen im Nullkommanichts gezähmt haben. Ich werde mein Stück Boden verteidigen. Ja. Och, nö. Ich will nicht mit Socker spielen. Das ist scheiße. So. Getroffen Einwahl. Und Pau. Pau. Oh Gott. Bis wir die besiegt haben, ist die ganze Folge rum. Weil der Socker so scheiße schwach ist. Alter. Ohne Scheiß, wie lange wollen die denn noch leben? Oh, deswegen hasse ich Socker wie die Pest, weil der einfach nichts auf die Reihe bekommt. Ah, jetzt ist sie down. Jedenfalls ist sie mal ein Level ab. Ah, jetzt kommt Katara. Oh Scheiße, wir dürfen sie nicht siegen lassen. Ich habe wirklich den Text davor gesehen. Ich frage mich immer nur, was das bringt. Wenn die eingefahren sind. Auf jeden Fall liebe ich Katara dafür, dass sie hier fernangriffen sitzt. Weil sie auch der einzige Charakter mit fernangriffen ist. Und man so richtig schön spammen kann. Ja, oder auch nicht. Scheiße. Scheiße. Das Gesicht ist immer voll lustig, wenn die eingreift. Alter, diese Maschinen haben Arsch viel Leben. Er wollte gerade springen, ich habe es sonst genau gemerkt. So. Wie könnt ihr nur unschuldige Leute angreifen? Das sollt ihr uns beantworten müssen. Ja, klar. Weil Maschinen auch reden können und so. Logisch, Arsch. Wo ist die Maschine? Also, die müsste jetzt eigentlich schon gleich raus sein. Scheiße. Warte, kann ich so blocken? Aber mit Argen ging es schon viel schneller. Oh, jetzt kämpfen wir jetzt erstmal mit Haru. Ihr hessischen Schrotthaufen. Es ist ein Fehler, Erdbinnig auf die leichte Schulter zu nehmen. Jetzt bin ich immer gespannt. Ist das ein normaler Angriff? Ah, ja. Auf jeden Fall mal besser als Soccer. Ich glaube, alles ist besser als Soccer. Was macht der SA-Angriff? Oh, wie cool. Erdstein. Eigentlich müsste es ja... Es ist ja logisch, dass er als Super-Attacke so einen Stein hat. Eigentlich müsste er auch mega stark sein, Haru. Weil Erdbinniger haben... Müssen wir immer auf ihre Stärke achten. Und so. Also diese... Ach, wer die Sendung kennt, der versteht, was ich meine. So hat sind sie erstmal alle besiegt. Wir sind gerettet, danke. Mein Papa und die Erdbinniger sind noch nicht zurückgekehrt. Sie bekämpfen im Osten noch immer Maschinen. Wir brauchen eure Hilfe. Beide, wir müssen nach Osten. Alles klar, aber ich will mich erst hier noch umsehen. Oh, jetzt spielen wir Haru. Ja, egal. Aber warum laufen die heute so langsam? Warum laufen die immer so langsam? Hm. Bananenstauber. Kartoffel groß. Laufen die immer so langsam? Jetzt ohne Scheiß, die kommen mir heute nicht so schnell vor wie sonst. Auf jeden Fall... Lol. Lol, was ist jetzt los? Wir müssen das Erdkönigreich mit anverteidigen, was wir haben. Wir dürfen sie nicht siegen lassen. Papa, ich bin hier, um dir zu helfen. Kai. Was sind das für Maschinen? Den nehmen wir... In dem Kotaro. So, einer ist eingefriert. Wahrscheinlich... ...helft man da mit den anderen, oder? Warte, was macht sie denn als A-Verteidigung? Ah, die friert sich ein. Wir müssen Sokka helfen erstmal. Sokka ist der Nubi unter dem Einen. Ich glaube, es ist aber ein Schausten, wenn wir mit Argen jetzt erstmal noch machen. Weil er hat das wenigste... Das wenigste Leben von allem. Tut mir leid, dass meine Stimme so abkratzt, weil es ist gerade... ...kurz vor 10. Morgens. Ich bin gerade erst aufgewacht. Das ist also ein richtig... ...lifer Part. Oh, eins ist down. Und eins lebt noch. So. Oh, alle Level ab. Ui. Danke. Immer wieder rettet ihr uns. Wir stehen für immer in eurer Schuld. Wir hätten nie erwartet, dass wir uns auf diese Weise treffen würden. Ich auch nicht. Mir gefällt diese Orte irgendwie. Ich bin mit meinem Papa hergekommen, um zu trainieren. Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal hier waren. Ich hoffe, dir geht es gut, Katara. Ähm, ja. Jetzt, wo ich dich wieder gesehen habe, schon. Danke. Uh. Uh. Äh, hallo? Argen und ich sind auch hier, weißt du? Haha, ich habe euch ja nicht vergessen. Wie geht's denn so? Gut, wie immer. Nicht wahr, Sokka? Hä? Wir versuchen herauszufinden, was diese Maschinen sind. Ach, deshalb seid ihr hier. Leider. Haben die Maschinen einen unserer Erdbeiniger entführt. Oh nein. Eigentlich hätte ich Yuan retten müssen. Haru. Wenn es dir leid tut, was dir geschehen ist, dann geht los. Dann geh los und finde alles über die Maschinen heraus. Ich schulde euch was. Bitte nehmt meinen Sohn mit und lasst ihn sich nützlich machen. Es wäre mir eine Ehre. Haru kann mit uns kommen? Wow, dann sind wir ja unbesiegbar. Ich werde hier bleiben und helfen, das Erdkönigreich zu verteidigen. Ich möchte, dass ihr zum anderen Dorf zurückgeht und dem Ältesten dort sagt, dass dieses Dorf hier gerettet wurde. Dann kommt wieder zu mir. Es gibt dann noch etwas, was ich euch sagen muss, bevor ihr geht. Alles klar. In Ordnung, wir kommen wieder. So, aber jetzt dann erstmal, bevor wir... Das hier ist... Warte. Ja. Bevor wir zum Dorf gehen... Alter, die laufen wirklich vor langsam heute. Naja, müssen wir... ...nach ganz unten in den Südosten. Weil wenn ich mich noch recht erinnere, kriegt dort Haru seine zweite Fähigkeit. Und ich denke, das können wir im Part ja noch machen. Auch wenn das Hinlaufen jetzt ewig dauern wird. Was weiß ich, wenn die so scheiße langsam laufen. Aber da können wir ja mal die Musik genießen. Die schöne Musik. Dafür habe ich Avatar auch immer geliebt, weil die Musik so richtig geil ist. Die baut Atmosphäre auf und Spannung. Ich wünsche mir das ja, dass hier bis jetzt noch keine Monster auf uns zugerannt gekommen sind. Nur da eine Wolf, der vorhin uns voll nicht bedingst hat. Oh, da ist jemand. Ach, das ist ein Gegner. Toll, hätte ich das Feuer gewusst. Was ist das denn? Die schlagen Leute mit einer Steinschnur. Oh. Voll die Ninja-Tricks hier. Socker ist natürlich wie immer gleich staunend. Oh. Alter, was sind das für... Alter. Was sind das für Gegner ohne Scheiß? Oder die sind aber auch zu inkompetent, um irgendwas zu schaffen. Die NPCs, ne? Tja, Socker. Jetzt wissen wir jedenfalls, dass diese Menschen Gegner sind. Da ist ein Wolf. Scheiße. Aber es sind nur zwei. Das heißt ja, wir sind mega overpowered, oder? Hm. Ja, Socker bleibt lieber bei mir. Sonst stirbst du wieder gleich. So, der erste Wolf ist down. Wow. Oh, Argen hat... Argen hat eine neue Bändiger-Übung erlernt. Reite aus einer Kugel aus Luft und Strecke gegnern nieder. Ja, das ist doch mal nice. Alter, der... Dann probieren wir die mal aus, oder? Die, die, die Bänder-Übung. Alter, noch scheißiger zu steuern ist das auch nicht, oder? Leute, ich hab einfach mal gar keinen getroffen. Oh, da ist ein Kraut. Ich hoffe, die NPCs werden mal mit der Zeit schlauer. Oh, da ist ein Kraut. Oh, da sind wir jetzt endlich mal hier bei dem Typen. So. Hier müsste doch eigentlich ein Mann sein. Verarsche! Ach, da ist er ja. Ich wollte gerade meine Erdbänder-Übung anfangen. Stell dich nicht in den Weg, denn das ist gefährlich. Ich muss bestimmt mit Haru... von Haru mit dem reden. Ja, 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 ja. Na toll, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was ist das denn? Ach so. Voll die Verarsche. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dann.